Man weiß nie, wie das Leben spielt. Unerwartete Ereignisse können Ihr Leben in neue Richtungen lenken oder Dinge beschädigen, die Ihnen oder anderen lieb und teuer sind. Damit Sie solche Ereignisse nicht aus der Bahn werfen, ist es wichtig, dass Sie sich sinnvoll absichern. Das bewahrt Sie zwar nicht vor Unerwartetem, schützt Sie aber vor finanziellen Folgen. Besonders wichtig ist die finanzielle Absicherung von Ihrer Familie, Ihrer Gesundheit und von Sachwerten. Ihr größtes Kapital, Ihre Arbeitskraft, könnte zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen ausfallen. Dadurch entstehende Einkommensverluste bei dauerhafter Einschränkung deckt eine entsprechende Absicherung. Ein Glück war diese Verletzung nur halb so schlimm. Und einem glücklichen Wochenende am See steht nichts mehr im Wege. Zumindest nicht dann, wenn Sie über eine Absicherung verfügen, die Sie vor den finanziellen Folgen von Unfällen in der Freizeit schützt. Auch bei Ihrer Gesundheit sollten Sie auf Nummer sicher gehen. Etwa mit Zusatzversicherungen, die Sie über den gesetzlichen Rahmen hinaus schützen und zum Beispiel bei Auslandsreisen dafür sorgen, dass Sie Ihren Urlaub unbeschwert genießen können. Sollte Ihrem Auto, Ihrem Haus oder wertvollen Gegenständen durch einen Unfall, ein Unwetter oder andere Naturgewalten etwas zustoßen, sorgt die richtige Absicherung auch hier dafür, dass sich der finanzielle Schaden in Grenzen hält. Profitieren Sie von unserer genossenschaftlichen Beratung und besuchen Sie uns in einer von unseren über 13.000 Filialen. In einem Beratungsgespräch helfen wir Ihnen, die Absicherung zu finden, die zu Ihren individuellen Bedürfnissen passt. Und stellen so sicher, dass ein Drama nicht als Drama endet.